So liebe Freunde, da bin ich wieder euer HeyXYDoc und ich wollte heute ein Livestream machen und ich werde noch ein Livestream machen. Das Problem, kein Internet. Internet ist down, nichts läuft, seit der ganze Tag bis zum Abend. UPC beruhigt um einen nur und die haben Totalausfall, sind am herrichten, mein Modem, bling, 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 die ganze Zeit kein Internet, ich kann kein Livestream anfangen, ich weiß nicht was machen, wollte halt bis in FSX fliegen. Bisschen Fun und ich habe einfach kein Internet und komme nicht rein. Das ist ein größeres Problem, UPC, Cello, I don't know, wieso die das nicht auf die Reihe kriegen. Und das sind jetzt glaube ich schon seit der Mittagszeit und ich weiß nicht was, ich bin aufgestandene Mittag ungefähr und da war das Internet down, angerufen. Die haben mich berückt, ja so und so, noch gar nicht zuerst gesagt, dass irgendwas kaputt ist und dann wieder angerufen, nach zwei, drei Stunden immer noch Sklaiber. Jetzt vorhin habe ich wieder angerufen, 21 Uhr und jetzt ist es schon, was haben wir denn jetzt, 22.41 Uhr und immer noch Internet down. Scheibe, Scheibe, Scheibe und ich warte bis endlich das Internet frei ist. Ich könnte kotzen und meine Sau auch. So, ja, wollte ich mal Bescheid sagen und ich stelle es auch für YouTube darauf und ja, muss das mal auskotzen. Scheibe, man zahlt 60 Euro im Monat für eine 250.000 Erleitung und circa 25.000 Upload und ja. Weil Internet down ist, kann Papa nix machen. Schade, wir sehen uns, wir hören uns, wenn wieder die Leitung geht, euer XY aus hier und good night and good fight und die Sau sagen Tschüss. Schade, wir sehen uns, wenn wir dallä討nde.